Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir haben den Geheimgang gefunden, der Assassin. Der ist nämlich genau hier. Und jetzt öffnet sich hier in Wonder City mit einer Tür. Okay. Ach, kommt der wie gerufen? Zack. Entschuldigung. Ja, das war aber auch selten dämlich. In vier Stunden also. Komm, mal das Explosiv geben. Gucken wir, was dahinter ist. So, und... Rabumbi! Rabumbi, Karabumbi. Hier kommen wir ja noch gar nicht dran. Da müssen wir wieder irgendeinen Schnürt aktivieren. Also, Schitte drauf. Der Riddler, ey. Das Beste, was du machen kannst mit solchen Leuten, ist einfach nicht drauf reagieren. Ist das eine Mine oder was ist das? Soll ich vielleicht mal ein Batarang gegenwerfen? Warte mal. Batarang. Okay, dann muss ich den Ferngesteuerten wahrscheinlich aktivieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich glaube, ich jetzt mit Mist mache. Nö. Oder habe ich das einfach jetzt falsch getroffen? Ach, ganz schlecht geworfen. Okay, noch einen Versuch gebe ich mir noch. Ah, diese invertierte Steuerung. Gut, noch einen Versuch gebe ich mir noch. Okay, noch einer. Komm. So, nee, da tut sich gar nichts. Da ist, äh, also ich weiß nicht genau, ob, äh, oder wie, oder was. Au. Das tut doch weh. Naja. Müssen wir aber auch gar nicht langen. Müssen wir hoch. Und wir nähern uns dem Versteck der Assassinen. Oh, Scheiße. Und Batman wird immer schwächer. Komm schon, Batman. Speichere. Oh, oh. Oh, Licht. Verdammt, hey. Bruce, du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce, Bruce, hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drumrum reden. Wenn's so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Oh, Mann. Jetzt wird's aber hier nicht mehr so lustig, wie gerade noch mit dem Scheitern im Batarang. Jetzt wird's hier gerade bitter ernst. Bruce Wayne muss überleben. Batman muss überleben. Und wir nähern uns Ras, Versteckkammer des Dämons. Ein Kampf wäre wahrscheinlich aussichtslos, denn wir sind doch sehr schwer verletzt. Was ist das hier für eine geile Anlage? Einfach mal. Unter Arkham City. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich hab deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach... ...nur folgen. Herrin, ich hab mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch... ...auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ras? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ras Al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl. Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Ich weiß gar nicht, warum das so eine lange Diskussion gibt hier bei Talia. Ist ja doch eine richtige... Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Oh. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Na, damit nicht der Richtige. Hab schon Schlimmeres gesehen. Genau. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits hundertmal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Die kann ganz schön mit einem Poppes wackeln, die Talia. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Buchhändler. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte... Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Oh la la. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ras Al-Gur. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Felch trinken. So einfach ist es. Rüber mit dem Zeug. Trinken kann ich. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und dein Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folgen wir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Das soll ein Scherz sein, oder? Wie soll ich denn durch diese Welt kommen? Technologie wird dir in diesem Reich nicht helfen, Detective. Ach du Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich verstehe. Das ging schon mal kräftigst ins Höschen von Thalia. Natürlich nicht. Gut, dann probiere ich es jetzt nochmal. Mann, da muss ich auf jeden Fall... Oh. Ich muss jetzt irgendwie... Ich probiere es einfach mal. Zack. Komm schon. Aber auf die Plattform. Hallo Ras. Was gibt es Neues? Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befallen, das sie zerstört. Mhm. Ich soll weiter fliegen, oder was? Ach nö. Nicht wieder den Flattermann spielen. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt auch noch durch Hindernisse durch. Okay. Ach du Heiliger. Das schaffe ich diesmal wieder nicht. Ich kriege keinen Auftrieb. Ich gewinne keinen... Aua. Alter, das ist aber auch sau schwer. Ich kriege kaum Auftrieb. Ich muss das ganz schnell irgendwie machen. Ich habe jetzt gerade... Hat es ja super noch geklappt einmal? Ja. Und so gewinnen wir an Auftrieb. Cool. Zack. Ah, ich verstehe es. Okay. Sehr schön. Was gibt es da zu lachen, Ras? Oh. Hey, Freunde. Das sind ja männliche... Das sind ja Männchen hier. Ich habe da hoffentlich noch ein Wörtchen mitzureden. Aua. Du willst mich doch nicht etwa von der Plattform schubsen, oder? Er will. Oh. Oh. Nichts da. So schnell verabschiede ich mich hier nicht. Guten Tag. Toc. Juhu. Mach's gut. Bist du derjenige, nachdem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Einer muss den Job ja machen. Wenn nicht ich... Wer dann... Wenn nicht ich... Vielleicht deine Tochter irgendwann... Äh... Ach du Scheimkleister. Jetzt sind wir da rein, oder was? Oh. Yeah. Ab ins Licht. Oh. Gut. Ausch. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall viele Partys. Und was mit deiner Tochter? Die wird doch immer älter und ich bleib so rum, oder wie? Das wird ja nicht so toll. Also ich weiß nicht. Will man denn unsterblich sein? Ja. Finde ich schon. Ist sehr reizvoll. Ist durchaus reizvoll. So Unsterblichkeit aber... Nicht das einzige Gute. Vor allem, wenn alle Freunde irgendwie dann tot sind und du bist dann noch so alt. Ist ja auch nicht so geil, ne? Irgendwie. Höh. Autsch. Scheiße. Da bin ich tatsächlich dagegen gebrettert. Da war ich zu unkonzentriert, weil ich über Unsterblichkeit gefaselt hab hier. Nochmal. Juhu. Yeah, Baby. Okay, jetzt sind wir ja da durch. Und jetzt hier. Den hier. Woop. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu treten gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Hm. Die ultimative Entscheidung. Das, du stellst mich wieder vor Rätsel. Dabei bist du gar nicht dein Riddler. Aber wir werden dein Nachfolger. Wir schaffen das auch irgendwie ja durch. Obwohl die ganzen Flugmanöver, wir gehörig auf den Trichter gehen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja? Oh. 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 Okay, dann muss ich das mal wieder absenken und zack. Komm schon hoch. Nein, 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 nein. Nein. Ach, die Chambel, Mann. Boah, diese Flüge sind auch nicht leicht. Vor allem, wenn du so doof bist wie ich. Wenn du dich so doof anstellst wie ich, möchte ich beinahe sagen. Wuppu. Wuhu. Fuchu. Kennt ihr den noch, den Fuchu? Na komm, jetzt haben wir noch eine gute Höhe. Und gleich müssten wir dann R2 betätigen können. Jetzt. RB, vielmehr. Ruch da. Ja. Nette Lache. Oh. Ach, die Scheiße. Bam, bam. Das ist die einzige Möglichkeit, die Jungs loszuwerden. Und gute Nacht. Es wird Zeit, mir gegenüber zu treten. Bewältige diese Herausforderung. Und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Moment, Ras. Eine Sekunde muss noch warten gerade. Ich mache nur eine Wärmesignatur-Tarnung. Komm, das aktiviere ich jetzt einfach mal. Verbessern. Pam. Haben wir was anderes verbessert wiederum. Ach ja, einfach schön. So. Wo trete ich dir denn entgegen? Hier vorne? Das sind so Zahnräder, ne? Puh, soll ich jetzt wieder einen Flug meistern? Ach, da muss ich wieder rein. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Okay. 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 Und dann ab wieder da in die Turbine. Biene, Turbine, Maja. Ah, da na. Yooo. Wow. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020